Zurück. Hallo, bin auch wieder... Hallo. So, wir spielen jetzt Schlacht im Mittlerer 2 und ich bin dafür, dass wir das mit einem FFA eröffnen. Nein. Oh mein Gott. Nein. Es gibt nichts besseres als ein FFA, Jungs. Ich kann schon kein 381-FFA machen. Also mach ich hier ein FFA. Ja gut, okay, das hab ich leider nicht verhindert, Leute. Ich liebe FFA auf einmal. Können wir nicht in 381-FFAs machen? Ja, genau. Mit 381-FFAs machen. Ja, genau. Und mit allem erlaubt. Natürlich mit allem erlaubt. So, also nochmal an den Chat. Wir haben ein paar Spieler ausgewechselt. Beziehungsweise sind ein paar neue gekommen. Also Master ist da jetzt dabei. Morat ist jetzt dabei. Eribo ist jetzt dabei. Und Thürion, du bist nicht dabei. Was? Oder? Oder? Bist du dabei? Doch, Thürion ist dabei. Ja, aber Thürion war doch vorhin schon da, oder nicht? Ja, ja. Doch, stimmt. Thürion ist dabei. Ich war dabei und bin dabei. Ist ja klasse. Entschuldigung, wer ist da nicht dabei? Sind wir nicht zu viele im Raum hier? Tom ist weg. Nein, wir sind alle Leute, Kauen. Ja, und Kotti ist noch hier. Stimmt, Entschuldigung. Ich dachte, wir wären zehn Leute im Raum. Wir sind danach. Alles gut. Entschuldigung, ich hab mich verzählt. Kauen denkt schon wieder zu viel. Ich mach da mal einen neuen Raum auf. Mit dem gleichen Passwort. Einmal mit Profis arbeiten. Wie war noch mal der Passwort? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann's mir nicht merken. Oder Kauen hat einfach... Kannst du's nochmal langsam sagen? Das ist unser Master Mathematikstudent. Der ist ein Zahlen. Also Witzel. Die Mathematik geht doch nicht mit Zahlen um. Da hast du auch wiederum recht. Ich wollte mich einmal entschuldigen, aber ich höre meistens auf den Namen Master. Man rechnet einfach mit Bildern. Ich hätte in dem Kopf, dass du irgendwas mit Biologie studierst, aber das war wahrscheinlich Turin, oder? Ja, Turin studiert. Ach, Entschuldigung, ich bin noch. Mega-Game-Ranger. Keine Connection. Sehr gut. Äh, was war, was, 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 wer hat meine Connection zu Gnomi? Na, das geht eigentlich. Äh, du hast dieses schlechte Zeichen, oder? Ja. Ja, das war voll. Obwohl, obwohl, ich bin überlegen, ob wir nicht über Hamachion überspielen sollten. Äh, lockt euch. Ach ja, da kann Thierryon nicht mitspielen. Ja, okay, da bist du über. Weil Thierryon ist ja unfähig. Entschuldigung. Jungs Elite Cryptic ist online. Wollen wir ihn mitspielen lassen? Ja, natürlich. Mogat? Danke. Okay, okay. Mogat, weiter Zeitpunkt. Wir sind woanders. Wir sind Lehramtsstudenten anwesend. Man möge sie verbrennen. Äh, also, also, da muss man mal so sagen, Krümmel war Lehramtsstudent. So, tut mir leid. Das war ja wie ein GameRanger was. Krümmel war früher Lehramtsstudent. Also, können wir noch Nachträglich verbrennen, oder, oder? Ähm. Bitte nicht. Nicht? Schade. Ich bin freiwillig. Ach, und, äh, falls ihr es seht, ich hab hier schon ganz tolle, ganz tolle, ganz tolle Kasten-Maps hier für euch rausgesucht. Ah, ich muss die Idee umlegen. Die können wir dann heute Nacht spielen, das wird super. Ja, gleich kommt. Ich bin dabei. Es wird, es wird bestimmt lustig. Oh ja, aber wir müssen die Tower Wars länger schaffen als fünf Minuten, Krümmel. Ich bin ein Hype. Ich glaub, wenn wir Gnomi dabei hätten, wird es funktionieren. Komm, äh, hau mich mal bitte raus. Äh, zwei. Wieder. Es wird nach Zuschauer-Battle gefragt, nach einer Zuschauer-Battle gefragt. Ähm, ja. Ähm, ich bin am überlegen. Ähm. Kick mich. Schon wieder? Klappen. Ähm, ich bin aber überlegen. Ähm. Also, ich hab ja vorher gesagt, wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt, mitzuspielen, könnt ihr gerne auf uns mal ein Teamspeak kommen und unten bei, äh, unten, äh, ihr seht, ihr müsstest das ja sehen, ich bin zum Beispiel rein. Was ist denn da los bei euch? Ich weiß es nicht. Ich kann auch gar nicht rein. Ich bin jetzt bei fünf anderen reingekommen. Ja, ich bin ja auch nicht. Ähm, so, hier, ich blende euch mal den TS ein. Unten seht ihr ja Infos zum Stream, Warteraum, etc. Wenn ihr Interesse habt, mitzuspielen, dann geht ihr in den Warteraum einfach. Ihr könnt euch ja muten, ihr müsst damit niemanden reden oder sonst irgendwas. Ähm, dann guck ich mal, vielleicht, vielleicht kicken mich dann irgendwelche Leute wie Gnomi oder so einfach mal hier raus oder Krümmel. Und dann könnt ihr auch gerne mitspielen. Oder wir klicken einfach Kaun raus. Ja, ja, oder das. Oder das. Kaun will eh keiner hören. Dann kann sich Kaun nochmal in einer Gruppe suchen. Richtig. Ähm, also theoretisch, ja, äh, theoretisch könnt ihr gerne nachher gleich mitspielen. Ähm, wie gesagt, kommt auf den TS, äh, geht dann in den Warteraum. Wenn ich sehe, dass da ein paar sind, dann, dann mach ich das auch, aber bisher war da keiner. Außer, außer Chief ist da unten, also, der eigentlich nichts verloren hat. Und vorher waren, äh, sind wir hochgetragen worden. Ja, ja, also die Leute, die, Lust haben mitzuspielen und reingehen. Und, äh, dann wäre ich das, dann, dann werden wir da gleich, denke ich mal, auch mal eine Runde da mitmachen. Wir können auch ein 2 gegen 2 gegen 2 spielen. Ich sehe den Spielgarten, das machen wir gerade einschauen, Robert. Das machen wir gerade einschauen, Robert. Hast du, du, ich hab so mal neu gestartet. Ja, Krümmel, du hast auch so nicht richtig neu gestartet, du musst über das Join reingehen. Dann rein mit einem Team. Du musst über Join by Game of Jeter und du bist noch gar nicht richtig drin. Kannst du noch nachschauen, oder? Ich, warte, glaubst du. Wie, wie kann ich, äh, was, äh, 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 äh. Ach, Join, da. Ja, ja, ich sehe schon. Also, ihr müsst ja nicht unbedingt mit mir reden. Sky, ne, geht nicht, geht nicht, Korn. Okay, Neustart. Juhu. Schut mir leid. Also, ihr müsst ja nicht unbedingt mit mir reden. So ist es ja nicht. Ihr könnt ja auch einfach still hier sein. Keiner ist gezwungen, zu reden. Ich bin, ich bin zutiefst hier entschüttert, warum wir eigentlich heute über GameRanger spielen, wenn wir ja gestern noch über Hamachi gespielt haben. Ich bin komplett verliebt. Liegt daran, weil Therion gar nicht über den Spiel Hamachi nicht spielen kann. Gnomi, kannst du mein Spiel beenden? Danke. Bitte. Tut mir leid. Uh, ich bin Level 19. Aber ich hab ganz schlechte Verbindungen, glaub ich, oder? Ja, ich hab echt schlechte Verbindungen. Was zu Gnomi, oder was? Hat jeder. Ne, insgesamt, weil ich rot bin, oder? Na, rot ist das, dass man selber ist. Ja, nein, rot ist ein bisschen super. Okay. Gut, Krümmel. Gut. Ne, ich glaub nicht, dass Mugat deswegen lacht. Doch, ich lach deswegen. Echt, krass. Du, beleid, ich spiel normalerweise nicht über GameRanger. Und ja, Martin, der Stream wird auf YouTube hochgeladen. Also ich werd ihn auf jeden Fall hochgeladen. Krümmel, bin ich mir nicht sicher, er hat auch letztes Mal gesagt, dass er den hochlädt, hat auch nicht getan. Aber von Krümmel erwartet bitte nix. Im Übrigen, das ist normal, dass wir Krümmel mal aufziehen wegen YouTube. Das, 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 daran könnt ihr euch gewöhnen. Krümmel hat sich auch schon dran gewöhnt. Alle neunerleidisch. Das Tolle ist, wenn Krümmel dann selber über sich, über sich selber Witze macht. Meine Serie wird... Oh, le... Ah, äh, by the way, Krümmel, vorhin gab's nen coolen Witz, da warst du noch nicht da. Da hat jemand geschrieben, äh, äh, als du das letzte Mal ein Video hochgeladen hast, äh, durften Frauen noch wählen. Nee, gestreamt kaum. Oh, gestreamt, schön gestreamt. Wir durften Frauen noch wählen, Krümmel. Also, also irgendwie, 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 irgendwie mag das mit der Verbindung grad nicht. Ich auch. Möchte jemand anderes hosten? Ah, jetzt geht's, äh, okay. Host immer jemand anderes, wer hat denn noch gutes Internet? Wir hätten das beste Internet nachkauen. Krümmel. Ich bin am besten Gnomi. Ja, ich, 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 ich. Also, Erebo? Erebo komm ich auch nicht rein. Geschmeidig. Ich komm bei Erebo locker rein. Doch, jetzt nicht drin. Läuft hier mal, GameRanger, richtig gut heute. Läuft ja. Ich bin geschmeidig reingepitzt. Darf man sich sein Falk alle suchen? Hä, was? Ob man sich sein Falk aussuchen darf? Was machen wir denn? Okay, jetzt fragen wir mal in den Chat, in den Chat. Jungs, Leute, Chat, dürfen wir uns die Völker aussuchen oder nicht? Und ihr dürft... Ich bin dagegen. Und, und, also ich bin auch für Zufall eigentlich. Wann, alle, nein. Ich bin auch für Zufall, wenn wir immer wieder beide Orks sind, das hab ich keine Lust. Gnomi mag Orks. Keine Lust. Kannst du nicht spielen? Ich bin dafür, dass ich helfen krieg. Was soll ich sagen? Also mittlerweile sind zwei Leute auf dem Test. Der Flo und der Dem-Test. Also wie gesagt, spätestens ab 0 Uhr wird's hier sowieso ein bisschen leerer. Dann dürften auch die Abonnenten mehr mitspielen. Aber ich wollte erstmal, dass ich aus den Rom geworfen werde. Wann, wenn du Elben bist, dann geb ich dir jetzt die Challenge. Als Rohstoffgebäude darfst du nur Festungen bauen. Hat er sogar so mal gemacht. Ja, hab ich so mal gemacht, ja. Alle, alle, alle Orks, okay. Da schreibt jemand, alle Orks wählen, okay. Das wird eine Superpartie. Ich bin dafür. Ja. Also, der Nachteil an FIFA Alls ist ja, dass die Zuschauer ein Achtel des Geschehens nur sehen. Zwei Achtel. Eigentlich mehr. Es wird ja gekämpft. Zwei Achtel, ein Viertel so ein bisschen. Da könnt ihr noch Krümmel sehen. Ui, Banner soll Orks nehmen. Also da schreibt einer nach Zufall, bist du auf Banner, der soll Orks nehmen. Erdeburg-Kaum, Banner soll einfach gegen den Rest spielen. Also ich würde sagen, wir gehen am Anfang alle auf Orks. Und, weil dann zieht ihr die ganze Karte und das ist doch für die Zuschauer am besten. Ja, oder wir machen das mal Krümmel los. Ja, wir töten euch bei dem Anfang, dann könnt ihr nämlich alles sehen. Und das ist ja wie Zuschauer schweben, dann können sie ja auch alles sehen. Genau, genau. Das heißt, an die Karte und Krümmel, gut. Und dann unterwirft, äh, unterwerft ihr euch mir, ne? So machen wir das. Dann wäre ich dann basal. Dann wäre ich dann wasal. Dann wäre ich dann mal lieb, wer da gewonnen hat, gegeneinander. Ja, aber das zählt nicht. Ich krieg bestimmt wieder Mordor und flieg in den ersten. Och, nö. Achso, Jungs, okay, äh, äh, bevor, apropos als, als Dings Mordor gesagt hat, Krümmelus. Wir spielen halt ohne sowas wie Feuer und sowas, ne? Bevor irgendwelche Leute hier weinen, weinen ist oder so. Ja, klar. Dankeschön. Was ist jetzt alles verboten? Feuer ist einfach verboten. Jedes Feuer. Einheiten. Wenn wir kein Feuer nehmen, ey. Einheiten sind verboten. Warte, warte, das war noch verboten. Worum wir es war. Naja, nee, das war ja nicht verboten, aber. Und kein Aragorn, oder geben wir auch Festungen dann bitte auch, wenn man schon das andere verbietet. Also mir ist es völlig egal, wir können alles, wir spielen mit allen außer Feuer, oder was jetzt? Ich würde halt noch sagen, nicht Aragorn auf Festungen. Okay. Weil Aragorn umgebenlich auf Festungen ist einfach unfair. Also, 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 wenn ich, wenn ich vor, wenn ich vor deiner Festung stehe mit einer Armee, muss ich Aragorn daneben stehen lassen, neben der Festung nicht angreifen lassen. Richtig. Und, und die Armee muss draufstehen. Okay. Richtig. Bitte nicht kauen. Okay. Und wenn die Armee dann aufgeht, muss ich mit Aragorn wieder weglaufen. Okay. Verständlich. Ich gebe etwas mehr Respekt. Vor wem, dir? Du hast verstanden, wie man richtig spielt. Danke. Oh, wir hätten uns alle brutal nennen sollen. Ja, dann habe ich das nicht gedacht. Oh, bloß nicht. Das wird ja alles sonst nur noch schlimmer. Hey, gehen alle, alle brutal angreifen, alle, nee, nicht den brutal, nein, nicht mich. Aber das ist ja das Lustige. Aber man kann ja nicht als KI spielen, das geht ja jetzt nicht. Aber. Du kannst trotzdem so wie eine KI spielen gerne. Eben, du kannst trotzdem wie eine KI spielen, auch wenn du Moritz hast. Ja, ja, aber, dann macht's ja keinen Spaß. Du kannst doch einfach heute spielen, es schwammt doch einfach nur, Cutter, bitte. Du bist einfach nur mehr Techmove-Anwender. Ich mach gar nichts. Aber so, Moritz, spiel da auch nicht, das heißt, man kann hier. Oh, doch. Dann, okay, ich verprobele dich dann als erstes. Ja. Übelst tödlich. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich bin dir dankbar für diese Idee und ich werde dich als erstes ausboten. Oh nein, ein Kauen. Ich hab sowieso ein Lob. Wo ist Kauen? Überall. Also nicht. Im Moment geht das überall, das stimmt. Wobei, Master, wenn du neben du bist, dann lass ich dich sogar in Ruhe. Ja, das weiß ich ja nicht. Hallo, Kauen. Ach man, warum wisst ihr, warum... Farbe. Ja, ich weiß. Also, ich sag mal so, es sind sehr, sehr viele Menschen. Ach, scheiße. Das ist ja ein Glück. Ach ja, Carbonholde waren ja hier noch so schön schnell. Ja. Spiel wir heute auch ein 4 gegen 4 oder was? Mich hat's grad rausgehauen. Ja, ich bin auch noch... Wie, ganz, wie raus, ganz raus? Irgendwie, ja. Ich hab Standbild. Ja. Ja, mich hat's komplett rausgehauen irgendwie. Was, was heißt komplett, wie der, wie komplett, was denn, was ist denn passiert? Das Spiel ist einfach aus. Achso, gut. Und ich hab keine Ahnung, wieso. Ja, gut, komm, wir starten halt neu. Ach, ich hatte Menschen. Ich hatte Mord. Ich hatte Mord. Ich hatte Mord. Ja, es waren 4 Menschen oder so. Ich hatte Elm. Meine Güte. Ich war Orcs. Alle nochmal Spiel beenden, oder? Ja, müssen wir, weil Gnomi seinen Taskmanager benutzt hat. Nee, ich hab nix benutzt. Es war einfach auf einmal weg, das Spiel. Das sagt man immer. Alter, vieles ist immer das Spiel. Lass mich, lass mich, lass mich warten. Warte, warte, er ist noch nicht drin, oder? Er ist noch nicht drin, ja. Es ist noch nicht, na? Nein, nein, stopp, komm. Ich muss ja erstmal überhaupt, kann ich ganz mal über das Spiel wieder reingehen, oder muss ich wieder, oder? Warte, ja, in den Raum einfach. Ich sag, du wärst denn im Raum, ich sag, dein Spiel hat sich nur minimiert. Nee, das hat sich nicht minimiert, ist komplett weg gewesen. Auch Game Ranger. Nee, Game Ranger ist noch an, aber das Spiel ist einfach komplett weg. Ah, das hatte ich auch schon mal. Okay, interessant. Das Spiel einfach raus ist ohne Irgendwas. Interessant. Es war einfach aus. So, und jetzt versteht ihr auch noch einen Grund, warum teilweise es so zeitaufwendig ist, Sachen aufzunehmen. Das ist besonders krummig bei seiner Zwergenkampagne. Wie jetzt ungefähr schon seit zwei Jahren läuft, wie ich jetzt nicht mehr habe. Du musst ja noch Spieler suchen, dass sie nicht sehen. Ich glaube, du musst mich nochmal neu einladen, oder? Kannst auch so einfach rein. Einfach rechtsklick auf meinen Namen und join room oder sowas. Aber diesmal wirklich alle brutal, oder? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre für unsere Zuschauer nicht so schön. Die wollen schon wissen, wenn ein Krümmel von mir auf die Fresse bekommt. Nö, nö, nö. Wahrscheinlich. Wer noch besser. Ja, nö. Ich würde einfach sagen, wir lassen Krümmel und Kranke ineinander kämpfen, dann töten wir am Ende die beiden noch, also den Überlebenden. Danke. Achso, nö, der Dings macht ja auf. Ey, Buo, du machst ja auf, ne? Okay. Wir bauen einen Wall um die zwei rum, sodass die nicht mehr rauskommen. Und dann... Krümmel, das folgen kommen immer so spät. Und dann machen wir ein Deathmatch gegen... Für den beiden, so wenig. Wir können ja wetten, wer gewinnt. Und wir stehen nur draußen, feuern sie die ganze Zeit an. Und wenn einer... Und wenn einer führt, um gewinnen ist, dann greifen wir ihn an, damit er wieder geschwächt wird, wegen Gleichheit und so. Und das geht ja einfach den ganzen Tag. Danke. Das ist eine Umgebung vorm PC. Das wird alles nicht unnötig in die Länge. Das ist doch nicht unnötig, das ist extrem nötig. Okay, jetzt komme ich nicht so spät. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Und zwar, Krümmel hat sein allererster Hate-Kommentar bekommen. Und zwar mit, äh, du Arsch, warum kommt die Folge so spät? Ja. Ja, worauf Krümmel sehr stolz ist. Ich habe aber davor schon Hate bekommen. Ehrlich? Von was? Von mir? Ja, auch von mir höchstens. Nö, so auch war. Ehrlich? Wer denn? Also ich habe noch keinen Hate bekommen. Ich bin nicht so fame wie du. Ich bin einfach nicht so fame wie Krümmel. Ich hoffe, ich habe Orks. Ich mag Orks. Kauen kriegt Rohan. Das wird extra wieder viel nach... Es gibt was. Alter, Junge. Ich habe zu Knobie keine Conn, ja. Ich auch nicht. Ich habe zu Schreibung keine Conn, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir wechseln Gnomi und Tyrion aus. Wieso? Ich habe Konsolen. Ja, aber theoretisch war Machi hätte Gnomi-Konsolen und da kannst du nicht mitspielen. Spielen starten schon, aber es kann sein, dass ihr jetzt Trend-Screen ab und zu bekommt. Ja, ja. Spielen wir es einfach mal aus. Irgendwie habe ich keine Lust auf mein Volk. Ich auch nicht. Irgendwie habe ich richtig Bock auf mein Volk. Ich hatte Lust auf Menschen. Ganz einfach. Always look on the bright side of life. Super Einstellung. Always look on. Da. So, Baumeister, los, bau was. Was wird eigentlich überbewertet? Bauen, ja. Gleich mal nach den Farben gucken, wer hier alles ist. Also, ich habe diesmal keine Farbe gewählt. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Schnell alle in den Stream schauen. Ja, eben. Ja, wir werden in den Stream sehen. So teuer. Potti, Potti, Potti. Was ist? Ich habe kein Geld. Potti, Patti. Ich gebe dir keine Tipps. Wer was hat. Kann mir jemand Geld geben? Weil du ja auch nur ein Achtel der Map siehst. Nein, er kann. Er kann zwei Achtel sehen, dem er kummelt und kaunt. Zwei Achtel. Es ist so schwierig, es ist so schwierig, als auf ein Viertel runterzurechnen. Aber. Aber was ist denn ein Viertel? Das kann man doch nicht wissen. Doch alles nur Zahlen. Richtig. Ich finde ich etwas von Zahlen. Komm, mit der Kamera, Zoom, immer noch nicht klar. Auf was kommst du nicht klar? Hä, ich finde die voll... Also man gewöhnt sich dran, wenn man zum Spiel. Finde ich das viel geiler, irgendwie. Du meinst den Zoom, den Nahen, oder was? Warte mal. Wer hat noch Bildmatch? Ja, ich, 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 ich. Ne, da kommt es doch zu Asynchrons. Ja, da kommt es ja auch zu Asynchrons. Na gut. Und wie gesagt, ich finde den Nahen Zoom auch mittlerweile besser, weil man einfach viel besser seine Einheiten schauen kann. Ja, gut, man kann aber auch anzoomen. Ja, und, toll. Wofür sind sie raus, damit du, damit du einfach anzoomen? Du hast schon Übersicht hast? Übersicht, wo, ja, ich finde, die Schachten in so einem Zoom 2 sind nicht so groß. Natürlich. Super. Ich bin ja so freudig darüber. Wer hat denn hier, fährt denn hier Mordor? Kauen. Nein. Von deinen Warten schon wieder. Nein, nein, nicht gegen Gnommen genommen, nein. Leben. Ja, das, das ist toll. Das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist, ich weiß... Wieso denn da Gondor und Elben in meinem Lager, was soll das? Äh, nee, Gott, ich habe nur noch ein Problem. Wir haben ein Problem. Hä, was denn? Mogat, was tust du? Es gibt Fragen. Mogat, verfolgt die Elben, die sind wichtiger. Ja, ich bin nur weggerannt von den Elben. Kann ich dir jetzt aber schlecht weitergeben. Äh, ja, doch. Du kannst dir schreiben. Warum ich, warum ich so starte, wie ich so starte? Weil man das mit dem Volk eigentlich so macht. Gut, das wissen wir alle, was kaum vom Volk ist. Danke. Das, mit dem man so startet. Genau. Kaun ist das Volk, mit dem man startet. Alle anderen macht man gar nichts. Ja, richtig. Ah, jetzt kommt er auch noch von oben. Ja, ach jetzt, ey. Also, ich schwach immer direkt auf ne zweite Festung. Ja, du auch. Das ist auch das einzig Wichtige, mein Freund. Äh, ja, äh, Gnomi, wäre nett, wenn du mich nicht attackieren solltest, weil ich werde von Romes angegriffen. Danke. Ja, äh, wie war denn das beim letzten FFA? Ich, 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 ich finde es nicht in Ordnung, dass du an so welche alten Krivelen noch dranhängst, also. Ich finde das gut, mein Kaumblatt. Also, ich finde, du wirst auch nicht. Nein, es wird ja für unbewertet, den Twilighten angegriffen zu werden. Also, das ist einfach. Hab dich mal nicht so. Komm, ich war sogar so freundlich, was ja einfach zu vergessen, überhaupt zu wählen. Immerhin. Bin ich nicht freundlich zu dir. Ich hasse dich. Ich habe auch Minderjährige in meinem Chat, also danke, nein. Ist das nicht toll, Eribour? Ist das nicht toll? Oh, du hast ja so viele Piepen. Fast, fast, fast ein Bad. Das Bad, was jetzt kommt? Von wem redest du gerade? Von Eribour, ich, ich kämpfe ja gegen den und du weißt ja, welches Volk ich bin und... Ich wette, ich weiß auch, was Kaum ist. Oh, gar. Weil ich genau das gleiche gemacht habe. Kannst nicht mal. Ja. Okay, Gnomi will sich wirklich rächen. Mir scheint. Danke, Gnomi. Damit habe ich sowas von gerechnet. Ja, aber meine Reiter sind halt auch ein Blattbehindert. Was ist mit mir passiert? Du bist zu meinem besten Freund mutiert, du hast Kaum abgelenkt. Ja, bitteschön. Banner, weg da. Mal gucken. Sonst gehe ich doch noch in die andere Richtung. War das mit Absicht, oder? Ja, das ist Kaum. Ich war gerade woanders mit meinem... Achso. Äh, läufst du mal? Hallo. Boah. Banner. Ah gut, der ist noch gestorben. Uff. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ja, ich lauf da schon vorbei. Gnomi, du hast hier Fans. Wuh, wieso das? Ich weiß nicht, du, das meint, der gestorben hat. Nein, nein, Skiverboy. Nein. Banner, was hast du gemacht? Moga, ich bin dafür beteiligt, diesen Spielplatz, hier, schön auf. Ben raus. Und Nomi, du bist Favorit für den Sieg. Äh, Marce, was hat man? Das schön, zumindest von einigen. Marce, was hat es du? Ähm. Da müsst ihr noch ganz gut weggekommen. Aber du, aber du, ne? Das ist auch ein gutes Volk, aber das ist schon tot. Ich meine, von Volker. Hey, du hast auch ein gutes Volk, Frischö. Hahaha, Gnomi. Was? Ich weiß, was der auf keinen Fall wollte deswegen. Du befestigst schon mal fleißig. Logisch. Ich meine, das ist ja hier... Ich muss ja aufpassen. Aber leider sind Türme nicht so stark wie in 4-0, von daher. Ich finde, ich bin mir in 2-2 zu stark. Ich weiß nicht. Ich finde, ich bin nicht so stark. Ich weiß nicht. Ich binector von城. Boah, jetzt kommen wir gar nicht klar. Werde ich gerade von zwei Leuten angegriffen. Ich greife nur den Turm an. Nur den Turm. Wir sind mein Erzfeind. Nur den Turm, ich seh schon. Ja, gut. Also kaum. Angeblich sind wieder ein paar der Leute leise. Erebo, bitte. Och, komm. Och, komm. Ey, du bist mir doch schon in den Rücken gefallen. Du hast doch schon mal eine Festung. Muss das jetzt sein? Dann ist doch schon der zweite, der rausfliegt. Also würdest du mal in der Kai werden? Ja, von mir aus wäre ich dann in der Kai. Aber lass mich doch bitte am Leben kommen. Das bin ich. Mein Gott, du bist mir doch schon in den Rücken gefallen. Wie erbärblich muss man denn sein? Oh, ich sehe euch. Arte, Jungs. Ich meine, du hast meine Festung zerstört, ohne irgendeine Gegenwehr, die da war. Ja, wie war denn jetzt erst mich angegriffene Haas damals? Ich habe doch gewartet, bis jedenfalls ein, zwei Truppen da waren. Ich bin nicht direkt auf deine Festung gegangen. Doch, mein Wege schon war einmal hier drum. Sie sind gerade nämlich vorher. Wir haben woanders gekämpft. Ja, das schon, das schon. Aber immerhin habe ich gewartet, bis alle Truppen wieder zurück waren. Oh Gott, ich darf kein Spell auswählen. Soll ich was? Ja, komm, ich mach was lustig ist. Ja, gut. Oh, ich helfe dir mal so hart, glaube ich, jetzt. Dann, 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 ja, dann brauche ich mal. Nein, Morgat, ich kämpfe aber was du willst. Ja, gut. Ja, gut. Ich bin einfach kein guter Schlachter mit der Spiele. Morgat, lässt du das oder willst du unbedingt vom Droge aufs Maul bekommen? Hat irgendwer Erebu eigentlich angegriffen? Komplett. Morgat, das ist irgendwie nicht so lustig, was du da tust. Diesen Grad ist nicht mein Volk, einfach. Mit Banner hab ich. Ich bin Reiter. Keine Schnuppertur. Boah, Banner verpiss dich. Alter, diese Rammen einfach, die gehen halt auch nicht tot. Das ist so ächerlich. Also einer ist doch totbekommen. Ja, toll. Was kostet dich eine 300, oder? Äh, 450. Wow, Wahnsinn. Banner, du hast nicht mal Droge aufs Maul. Ich kann's gar nicht. Aber willst du das wissen? Ich hab einen Elfenbeinturm. Fein. Ja, und ich kann gravieren. Hey, wie war das mit Feuer? Ich kann eh nichts mehr machen, wenn ihr tot. Dann kann ich jedenfalls essen. GG. Und, äh, ja. Das Gigi, Banner hat sich ja auch gelatet als Autor stellen. Angeblich zu mir. Äh, wenn soll ich lauter stellen? Ich muss ein bisschen schwer werden. Wen? Wen, Fati? Ähm, also... Warum kann ich dich da nicht überreiten? Bogart, grümmelt dich. Man gut, der Rest ist irgendwie angeblich leiser. Okay. Hä, ich kann ja auch nicht noch was noch lauter stellen. Bogart, das hat sich fast gelohnt für dich. Ich bin stolz auf dich. Bei mir hängt's. Ich kann grad nicht, ich kann grad meinen ganzen Punkt nicht befehlen. Also, ich kann mich noch mal ein bisschen leiser stellen. Dann müsst ihr den Stream halt lauter machen. Also, ich schluch mal nicht leiser. Jetzt hat sich's gelohnt für mich. Oh, geht. Ich hab Upgrades deswegen. Das ist... Aber die haben's doch nicht überlebt, oder? Hä, natürlich, guck doch. Aber nicht die Schworks. Ja, oh nein. Also, den... Und die Schwirrle. Darknish hat geschrieben, den Rest kennt. Ka, wer das ist. Den Rest Ka, wer das ist. Hey, du hast hier unten mein Gebäude eingenommen. Ach, hört man laut? Der Enter, der gefällt mir nicht. Hört man laut, ich kann's auch ein bisschen leiser stellen. Wen darf ich jetzt eigentlich unten verprügeln, ohne dass Böse auf mich ist? Oben rechts so. Rechts unten. Ich lebe ja noch. Rechts oben. Gnomi, warum hast du mich nicht zerstört? Gnomi, also... Ich hab gar nichts gemacht bisher in diesem Spiel. Warum hast du mich nicht zerstört, frage ich gerade. Oder für Banner ist auch gut. Weil ich hab eine riesige Gondorarmee gesehen. Und die... Dann bei mir hängt's gerade wieder. Ich bin wieder in einem Klickbildschirm. Und dann hast du einen Turm gebaut. Ja, ich hab den Turm nur gebaut, damit ich mich... Mich eigentlich was in Sicherheit erhofft hatte, gegen... Dass ich gegen Kaun da ein bisschen kämpfen kann. Ach, du hast gegen Kaun gekämpft? Ja! Genau. Das war der einzige Grund, warum ich da einen Turm gebaut hab. Und... Und Eribur hat gegen mich auch gekämpft. Und alles. Wer war eigentlich über Eribur? Nicht ich. Ich hasse dich. Ja, ich hab gegen andere gekämpft. Eribur ist das Stördang gehöft. Ich hoffe, du leidest. Ich werd getroffen. Nein. Kaun, der ist der Blender. Frau, und du sollst dich auch irgendwie selber vernichten, damit man die ganze Map sieht. Ja, ich bin am Uralee. Ich hab nur noch dieses eine Gebäude. Ey, hey, lass es. Gnomi? Ja? Ich helf dir, okay? Gut. Kann ich auch ganz schnell vernichten. Wen, mich? Ich rede von Kaun. Nein! Nein! Ah! Ahaha! Ach cool, wir spielen mit zwei XCP, ja? Ich find halt immer gut, dass ich halt immer sehe, wenn irgendjemand... Leide! ...hat oder Katapulte. Geh zurück! Aus dem Weg! Die Blüttern unter Lager! Verschöft niemanden! Gnomi, der zerstört meinen Ding. Mein, meinen hier... Kosan-Kacker. Gnomi, hilf mir! Gnomi, nein! Warum? Warum tust du mir das an? Nein! okay so dann dann herzlich willkommen zum let's comment also banner also ganz ehrlich ich hasse dich ja 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 wieso hast du nicht attackiert von hinten wieso wieso greift ihr mich jetzt zu zweit oben an ja aber jetzt zu zweit auf mich so weil die weil die doof sind die tüten nein ich geh gerade auf alle ja du tötest alle meine bogenschützen ja die musste ich auch die musstest du gar nicht töten wer ist denn da hinten noch am überleben beweg dich mal umbreite ich mal aus krümmel kaputt gemacht ist sehr gut ich bin gerade überrascht dass mein baum ich glaube heute war kaum mal ganz ehrlich wenn jemand mit ram und nahm hier auf der festung zu läuft das keine chance ist ja wahnsinn die ram kriegst du mit also wenn die welt wenn du wenn du ein zwei pika hast dann geht auch wenn die im weg sind dann kriegen sie es auf jeden fall so so wo wir eine führerschaft ach der wirft nicht um ich dachte bohren wirft tut er auch der tut auch der wirft aber nicht anloggen ja nicht immer die aber dann nicht aber können aber kann ich um tür einsetzlichen bewegungen los hier und herr ist jetzt mal was hier macht man macht man macht man macht man macht man ausrüstung ich habe dich verschont ich will nicht von master kann ausgehen kannst du bitte rausgehen master weil ich krieg ständig nicht ein bildschirm wenn jemand ohne leute leute frieden ok kompletter frieden jeder baut sich jetzt auch oder wie also morath morath ich mag kein elfenbeinturm ja ich hab das gefühl dass ich gerade irgendwie alle entzürnt habe weil ich mich erlebe dann noch nicht nur mir ist das nicht ein bisschen gefährlich wenn man so alle gebäude so ganz nah nebeneinander meine ein erdbeben und weg ist alles es gibt auch keine zeige menschen haben ja auch erdbeben zurückholen der krabberndholt lebt ja oben noch was zur hölle ist ja ich war zu dumm den zu kippen ich hab's gesehen du hast mit der lord sich geschafft ich hab's gesehen du hast mit der lord sich geschafft das war der fehler als du erhörst ich dachte ich krieg den davor dauernd bevor es gebaut wird oh die spinnen bewegen sich what the fuck da ist ein quai hier oder ne ein adler das ist nur ein adler gnome ich dachte adler sein lame dachte ich auch ist ja nicht verboten er stirbt ja auch der adler der ist schon sehr stark eigentlich stirbt er nicht ich erinnere an die 20 adler ja ich weiß die war toll jungs jungs macht mal mach mal mach mal beef und stress warte warte also wenn wenn schief jetzt hier dann gibt es ganz viel beef das liegt aber wohl er haben ja oder herr nebelberg du kannst endlich mal meinen zerstörer zerstören ich warte auf was ja auf was denn ohje droghoff der natürlich ne der warte wirklich nicht auf den droghoff er hat keine diskursen für sowas ey du hast ja so gut wie gar nicht gekämpft du hast ja gar keine spellpunkte banner hast du die ganze zeit nur gegabelt du dich gegabt woanders sehen mogard was soll das isengard nein falsche richtung isengard obwohl welches ja nee mogard geht jetzt auch zurück und fertig ich hab' ich zu king krimelus gerade keine verbindung mehr wieso alter im down-trendsqueen nein gnome ja ich hab' ich kann auch nicht ich kann nicht machen äh wollen wir ganz kurz bewerben wie stark dieser adler ist oh oh du hast doch du dreckiger du hast mich angegriffen mein freund oh droghoff hat da gerade den wunderbar die ich bin unter der Richtung gelaufen die balliste getötet droghoff ich hab' doch wieder drin mit dir droghoff war alles kaputt oh auf gandalf da unten können wir sehen dass der adler überhaupt nicht op ist nein 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 ne quatsch er hat Spaß ich finde der adler hat Spaß das ist toll hauptsache das ist die hauptsache ich bin pro adler auf jeden fall pro gnomi gnome go ja aber eigentlich bin ich ja hier pro banner der soll diesen dreckigen isengard mal von der erde tilgen also ich bin pro ich bin pro thyrion weil thyrion der einzige ist der mich glaube ich nicht geärgert hat ich hab dich auch nicht geärgert du bist doch schon tot ich hab niemanden geärgert gegen mogat bin ich aus Prinzip da macht sich was auf eribu hat sich selbst verdient wir haben gerade hier so einige verschiedene züge die gemacht werden rohstofftechnisch schauen wir mal durch mit welchen relativ ausgeglichen nur wirklich ziemlich das ding ist die das macht mir halt einfach nicht weil es kostet klar ja